Jo Leute, willkommen zum nächsten Part Super Meat Boy. Ja, wie ihr sehen könnt, alles ist wieder von Blut befreit, denn ich bin kurz rausgegangen zur Karte, um etwas zu schauen. Und jetzt gehe ich wieder zur Karte, um etwas zu schauen, denn ich habe schon wieder vergessen. Ja, wir brauchen 24 Sekunden für das Level. Okay, 24 Sekunden liegt machbar. Naja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mal den Level nochmal langgeschaut und eine neue Taktik entwickelt, wie man das schaffen könnte. Nämlich da, wo ich gerade hängen geblieben bin, da könnte man eventuell eine Pause machen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, wenn ich es schaffe, dann werdet ihr es ja schon sehen, aber ich werde es bestimmt schaffen mit den nächsten 15 Minuten. So, beziehungsweise vielleicht nur 10 Minuten. Wer weiß, ob ich wieder mein Zeitgefühl verlieren werde oder nicht. Das ist alles. Gut gemacht. Ja. Oh Mann, kein einziges Mal als Bandage Girl kommen. Das ist ja nicht ein Problem, aber das zurückkommen, ab da wird es knifflig. Denn da muss man Bandage holen und sein Käfchen benutzen. Nämlich, ich sage euch jetzt was, da, da, ah, verdammt, ich wollte da rein, ich wollte da rein und da wohl, äh, werden wir unsere Pause machen, äh, bis das Teil vorbei ist, dann werden wir unseren Arschschuss schnell wie möglich nach links schwingen und hoffen, dass das geht, wenn das nicht geht, dann weiß ich auch nicht, Leute. So, und, da, runter, runter, schaffen wir es schon? Nein, wir schaffen natürlich nicht, aber ich weiß, dass man reinkommt, denn ich bin doch mal reingekommen, es ist zwar verdammt schwer da reinzukommen, aber irgendwie ist es mal. Naja, gut, okay, da konnten wir jetzt auch nichts mehr machen, war eben schon ein kleiner Fehler drin. Wait, wait. Oh, ja, da konnten wir jetzt auch nichts machen, dass man stand, mich hilf. Hübs. So. Schnell mal da, schau runter, 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 ja, ganz geschafft. Jetzt müssen wir dann da nur noch rauskommen, verdammt. Fahr, ja, ja, jetzt weiß ich, ja, jetzt weiß ich, wofür diese verdammte Kreissäge da in der Mitte ist. Jo, Team Meat hat an alles gedacht, ja, kurz gebraucht, weiter, so, ja, ich liebe euch, Team Meat. So. Yeah, wir haben es geschafft. Nein, da raus. Da, 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 nein. Nein, warum muss es anfangen zu laden? Shit. Egal, aber ich glaube, mit der Taktik sind wir nicht mal so falsch, Leute. Ich glaube, ich könnte es schaffen. So. Da rein. Und da hoch. Ja, komm, komm, spiel, gib mal noch mehr Lags. Komm, komm, gib's mir. Gib mal alle Lags. Nein, 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 nein. Nichts. Fuck. Man muss da so rein, man kommt gar nicht anders rein, außer man ist ein anderer Charakter oder so, aber so kommt man da nicht wirklich rein, außer man hüpft so vielleicht von der Seite rein, aber das wirklich 1 zu 100 ist was dafür. Für, 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 für. Hä? Ja, klar, jetzt geht's auch nicht. Toll. So, Schlüssel. Oh Gott, damn. Ja, wir haben es gerade noch geschafft und das ist das erste Mal, also mit Fehler. Mit Fehler, oh Gott. Egal, wer mit Spaghetti aufgewachsen ist, gibt nicht drauf. Oh, Mann. Mit scharfen Sachen spielt man doch nicht. So, warte, wir haben es noch nicht geschafft. Oh, nein. Wir sind mit dem Kopf dagegen gehüft. Toll. Wir sind einfach mit unserem kleinen Kopf dagegen gehüft. Einfach so. Was mache ich? Warum? Nein, nein. Was mache ich. Nein. Die Schlechtung ... Die Schlechtung ... Die Schlechtung ... ... Ups. Schaffen wir es mit Fehlern? Nein. Wir haben tiefer gesprungen, etwas geschafft, aber naja, kann man nichts machen. Leute, ich verspreche euch was. Ich werde die Bandage mit Zeitraffer holen, wenn ich sie dem Pack nicht mehr schaffen soll. Ja, ich finde das langsam nicht mehr lustig. Aber, na gut, okay, ein paar Minuten haben wir ja noch. Vielleicht schaffen wir es ja doch an Wunder. Ihr seht, wie hochkonzentriert ich bin. Ich laber fast nichts mehr. So, Reichschaft, bitte, lass uns rauskommen. Ja, wir haben es rausgeschafft. Nach links, nach rechts. Ja, das Spiel fängt wieder an zu lenken. Nein, nein. So kurz haben wir den Zug verpasst, man. Fuck. Aber so ist es möglich, Leute. So ist es, verdammt nochmal, möglich. Also, jetzt weiß ich, Super Meatball, ich habe definitiv Platz 1 meiner Lieblingsspiele. Ich habe so viel Spaß an dem Game. Yeah. Es ist so abwechslungsreich, das Game. Das glaubt man gar nicht. Wow. Ich, jedes Mal, wenn ich ein Part starte, kann ich es kaum erwarten, weiterzuspielen, weil immer neue Sachen passieren. Puh. So, warte, warte, warte. Wunder. Komm, 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 komm. Yeah, wir haben die Bandage geholt, verdammte Motherfucker. Scheiße, ey. Jetzt fehlt nur noch die Bestzeit. Oh, sind das viele Meatballs. Holy shit. Und da sieht man es mal wieder. Durch die Zeitlupenaufnahme erschwert mir das das Spiel. Denn durch die Zeitlupe sind manchmal Sachen wie Gibles, Sachen wie Raketen oder Sachen wie dieser, diese Kettensägen da unten, beziehungsweise der, der Transporter da unten. Unregelmäßig. Das heißt, manchmal ist es total schwer, das zu schaffen. Das heißt, manchmal ist es sogar unmöglich, das zu schaffen. Das hatten wir ja auch mal, dass der Level unmöglich war. Naja, okay. Wir haben die Bestzeit soeben geschafft und das beim allerersten Versuch, was mich sehr verwundert. Aber ich will es jetzt nicht verschreien. Bevor sich das Game noch aufhängt, werde ich dem Part und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.